Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist der Bayerische Rundfunk. Heute ist Montag, der 9. Juni. 6 Uhr, Sie hören Nachrichten. Das sind Meldungen von gestern. Sie stehen schon in den Zeitungen, die jetzt an den Frühstückstischen gelesen werden. Was heute passieren wird, werden die meisten erst morgen erfahren. Er ist tot. Wir müssen was machen. Was ist denn? Was ist denn los? Da ist ein Toter. Da liegt ein Toter. Wie soll man denn das machen? Frag mich nicht. Mensch, wie kriege ich denn das Ding zum Sprechen? Ich glaube, den Knopf da drücken. Ich will noch einen- Schleifspuren. Der Mann ist hier ertrunken und wurde rausgezogen aus dem Wasser. Wahrscheinlich wurde er auch beraubt, hat kein Pfennig in der Tasche. Irgendwelche Anzeichen von Gewalt? Nein. Aber es sieht so aus, als ob er völlig Lalle gewesen wäre. Kannst du mir das ins Deutsche übersetzen? Gern. Total betrunken. Naja, das kommt vor. Kommt in den besten Familien vor. Der Mann ist ja so betrunken, er geht durch den englischen Garten, er schwankt, er singt. Wieso singt er? Na, ich stell mir vor, er singt. Ich habe in ähnlichen Situationen immer... Ja, also der Mann muss gesungen haben. Hat wahrscheinlich irgendwas gefeiert und geht die Böschung entlang, stürzt hinunter, fällt ins Wasser und ertrinkt. Zum dritten Mal. Bitte? Ich meine, es ist bereits der Dritte, der hier im Wehr ertrinkt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Und alle sind sie stockbesoffen und kommen nicht mehr aus dem Wasser heraus. Tja. Wie tief ist denn das? Kann man da stehen? Da kann man bestimmt stehen. Ja, aber unsere Leute fallen rein und ertrinken. Und nichts lässt darauf schließen, dass irgendwelche Gewalt angewendet wurde. Ja, aber sie werden beraubt. Alle sind sie beraubt worden. Eben. Und deshalb kann es Mord sein. Ja. Chef, ich glaube, wir können ihn jetzt abtransportieren lassen. Na ja. Mach das, Robert. Guten Morgen. Kriminalpolizei. Ich habe gehört, Sie waren heute Morgen in der Nähe. Ist was? Ach so. Ich sagte, Sie waren scheinbar dabei, als man den Toten gefunden hat. Den Toten? Ja, ja. Ja, ja, ja. Haben Sie ihn gesehen? Ja, da lag er. Auf dem Rücken. Ja, auf dem Rücken. Das war doch, als die beiden Mädchen auf Sie zukamen. Ja, da liegt einer. Ja. Ja, da ist einer dort. Waren Sie vorher schon da? Ja. Ich meine, sind Sie spazieren gegangen? Ja. 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 Wo? Ja. Wo genau? Können Sie mir sagen, wo? Ja. Wo? Ja, aus welcher Richtung sind Sie gekommen? Also von da oder von da? Ja. Ja, von da. Ja, von da. Ja. Also ist Ihnen nichts aufgefallen? Gar nichts? Aufgefallen? Ja, Leute. Ja. Ein Mann vielleicht, der gelaufen ist, der sich verdächtig gemacht hat. Nein, nein. Wissen Sie, wir gehen immer so hier herum. Ja. Jeden Morgen gehen wir. Sie haben nichts gesehen. Ja. Ob du jemanden gesehen hast, will er doch wissen. Ob du einen Mann gesehen hast, der ihn hingemacht hat. Ich hab doch gesagt, ich hab keinen gesehen. Er hat nicht gesagt. Doch, doch. Er hat nicht gesagt. Schon gut. Ich hab doch gesagt, wir haben keinen gesehen. Du hast nicht gesagt, dass du keinen gesehen hast. Das hat er nicht gesagt. Ja, dann sag ich jetzt. Wo lag der Tote? Wo haben Sie ihn gesehen? Wo? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie haben ihn gesehen. Aber wo? Wo genau? Na, da. Ja, aber da muss er doch erst rausgezogen worden sein. Ausgezogen? Ja, haben Sie das nicht gesehen? Ja, sagst du echt nie? Ich sag ja. Hast du gehört, dass er gesagt hat? Nee. Ich sag's ja, nee. Können wir jetzt gehen. Ja, bitte. Bini! Der Tote Erich Thiemann, 32 Jahre alt, war Möbelhändler in Nürnberg. Er fuhr gestern mit seinem Wagen nach München, hatte 2000 Mark bei sich, sagt sein Prokurist und stieg im Hotel Karten ab. Er machte einige Geschäftsbesuche und ging abends wahrscheinlich in ein Kino. Er fragte den Hotelportier nach dem Kinoprogramm und nach einem Lokal in Schwabing. Hat er ihm eins gesagt? Mehrere. Ob er im Kino war, weiß ich nicht. Aber ein Lokal hat er gefunden. Der hatte 2,8 Promille. Versteh schon. Wieder rumrennen. Ob jemand den Mann kennt, wo man ihn gesehen hat. Ja, irgendwo muss er ja gewesen sein. Weißt du, wie viel Kneipen es in Schwabing gibt? Die schicken mir Fotos von Thiemann aus Nürnberg. Aber der Thiemann hatte doch einen Wagen. Was ist denn mit dem Wagen? Sein Wagen wurde am Ostbahnhof gefunden. Mit dem Zündschlüssel im Schloss. Offen. Wie ist denn der Mann vom Ostbahnhof ans Isarwehr gekommen? Da musst du anders fragen, Harry. Wer hat den Wagen zum Ostbahnhof gefahren und dort stehen lassen? Denn um 7 war der Wagen noch nicht da, wie mir ein Taxifahrer sagte. Aber um 7 war Thiemann schon tot. Ja, das heißt doch. Ich meine, eins ist doch damit ganz klar. Thiemann ist nicht so einfach ins Wasser gefallen, das heißt das. Da muss jemand an den Wagen gekommen sein, aber wie? Ja, an den Wagen und an den Schlüssel. Es gibt doch nur eine Möglichkeit, jemand muss dabei gewesen sein. Bei Thiemann, ja. Im Lokal schon. Jemand, der mit ihm zusammen getrunken hat. Rausgekriegt hat, wie viel Geld Thiemann bei sich hatte. Die Sache sieht nach Mord aus, Chef. Der Mörder hat nur einen Fehler gemacht. Der Wagen. Er hätte den Wagen einfach vor der Tür stehen lassen sollen. Und warum hat er das nicht getan? Aber das ist doch klar. Weil niemand riskieren will, dass man erfährt, in welchem Lokal Thiemann sich besoffen hat. Weil wir dann nämlich wüssten, in welchem Lokal wir den Mörder zu suchen haben. Das Lokal, wir müssen das Lokal finden. Finden Sie nicht auch, Chef? Ja, ja. Äh, macht mal, macht mal. Ich hab noch zu tun. Macht man, macht man. Was meint er damit? Wenn er mal nicht... Wenn er mal nicht was? Eine ganz andere Idee hat. Uns lässt er Klavier spielen. Und er spielt Geige. 2. 2. 5. 5! 8! 5! 7! 6! 6! Musik Was macht ihr denn hier? Macht es ihr weg, komm! Ach du blöder Blöse, ich kann hier stehen, solange ich bin, verstehst du? Ich komme gleich rein zu dir und mensch und verprüfe dich, du blöder Kerl! Was ist denn los? Hören wir euch etwa auf? Der soll mal die Luft anhalten! Wecky? Wer? Wir? Wecky? Was Besseres vielleicht? Ja, aber nicht so wie hier aussieht, nicht so, so nicht! Wecky! Also passen Sie auf! Ich zeige Ihnen hier eine Fotografie. Vielleicht haben Sie den Mann vorgestern Abend in Ihrem Lokal gesehen. Diesen Mann? Was ist mit dem Mann gesehen? Hier? Bei mir? Vorgestern Abend? Nein! Denken Sie doch erst mal nach! Du ich ja! Du ich ja! Ich kenne diesen Mann nicht! Ne? Ne? Nicht gesehen? Mann, wie voll der Laden hier abends ist! Oder einen einzelnen Gast kennen? Nein, lieber! Oder nicht mal von hier ist! Woher wissen Sie denn, dass dieser Mann nicht von hier ist? Wieso? 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 Woher ich das weiß? Ist doch der Tote von der Isar-Werde! Das Bild hab ich doch schon gesehen! In der Zeitung! In der Flächter Zeitung! Tu doch was für die Bildung! Noch kein Depp! So 2,8! Der Herr! Was weiß ich, was dazu gehört! Wie viel so ein Mann trinken muss! Das wüsste ich nicht! Daran würde ich mich erinnern! Warten Sie mal! Wo hab ich denn das gesehen? Meine Kasse würde sich erinnern! Wissen Sie? Ja, ja! Aber die kann ich nicht fragen, Ihre Kasse! Besten Dank jedenfalls! Was machst du denn da? Warum kommst du runter? Ich hab gesagt, komm nicht runter! Ich will dich hier unten nicht sehen! Ich... Ich muss doch gehen jetzt! Was? Kann ich nicht gehen jetzt? Nein! Ich hab Nein gesagt! Verstehst du mich eigentlich nicht? Moment mal! Darf ich auch Sie mal was... Was, was? Das ist ja völlig zwecklos! Meine Torte kennt den Mann nicht! Los! Komm, 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 komm! Wie oft hab ich hier schon verboten runterzukommen! Du, ich sage dir, wenn du noch einmal alle runterkommst! Du kriegst Backfreien, dass du nicht kugelst! Sie wissen, warum ich hier bin! Ja, wie den Toten im... Wie im Isarwehr sind Sie hier! Hm? Wie sind Sie doch hier, oder? Was wissen Sie von dem Mann? Na, kommen Sie schon! Dann Zeugen mach ich nicht! Wenn die Zeugin Zeugen machen soll, dann haben Sie mich gesehen! Dieser Mann war hier! In dieser Kneipe hier, vorgestern Nacht! Ah ja, Vater! Dann Zeugen, wenn ich machen soll! Ich hab schon verstanden! Die Mann war also da! Die Mann... Die Mann ging nicht! Der Mann, der ertrunken ist! Dieser hier! Ich hab nicht gewusst, dass der Die Mann hier... Dieser Mann war also vorgestern Nacht in der Kneipe hier! Wann kam er? Haben Sie gegen halb zwölf... Sind Sie absolut sicher? Ja! 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 Ja, ich hab doch gesagt! Ja! Das ist jetzt wichtig! War dieser Mann allein? Nur allein... Ja! Aber nicht lange... War nicht lange allein, oder? Ha! Nee, nee! Tun wir nicht! Für so einer hat Panse im Blick! Wer ist Panse? Panse, der Werb, denn die... Wir haben uns doch gesprochen, oder? Ha! Wenn der bei einem das Gefühl hat, der reinkommt, der hat Geld in der Tasche... Dann hebt er den Hörer ab und ruft rauf in die Wohnung... Komm runter! Da ist einer! Dann kommt sie, dann kommt sie... Dann kommt sie runter! Komm runter! Komm runter! Jedes Mal! Runter! Jedes Mal! Das ist ein Kerl Geld in der Tasche an dieses Miststück! Was denn die Kleine da? Ja! Nichts! Nur für eine kleine Mensch, für nur für eine Kleine! Wie doch nicht! Seine Tochter, die meine ich nicht! Nein, nee! Ich meine doch! Ich meine doch! Ich meine doch! Die Suster meine ich! Die Suster! Ja, jede der Suster! Die wohnt bei Panse im zweiten Stock! Fragen Sie beiden doch mal, was Sie mit dem Mann gemacht haben! Ja! Ach, was ist denn? Hast du schon wieder die Schlüssel vergessen? Ist doch immer dasselbe mit dir! Ja! Komm schon! Jeden Tag muss ich auf ihn warten und ihm die Schlüssel... Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Entschuldigung, ich hatte geklingelt! Kriminalpolizei! Sie sind bei der Polizei? Mhm! Dann kommen Sie rein! Ich wollte Sie etwas... Na, fein! Dann kann ich Sie ja alle beide gleich fragen, ob Sie diesen Mann hier kennen! Was machen Sie hier? Was wollen Sie? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir den Mann nicht kennen! Der Mann ist uns völlig unbekannt! Stimmt das? Ja! Ich kenne den Mann nicht! Und Sie? Ja! Ich kenne den Mann nicht! Hören Sie es! Sofried? Bitte! Auf Wiedersehen! Unverschämtheit! Einfach in die Wohnung zu kommen! Ich habe ja geahnt, dass sie hier aufkommt! Ich habe ihn nämlich unten schon fertig gemacht! Wir haben das Lokalchef, in dem Teammann ermordet wurde! Stab, Robert! Stab! Stab, bitte! Die Sache geht so vor sich! Ein Gast kommt, der wird merkt, der Mann hat Geld, ruft drauf in die Wohnung, holt seine Freundin runter! Die hat genau das, was der Mann sich vorstellt, wenn er sich etwas Angenehmes vorstellt! Und systematisch wird der Mann ausgenommen! Und nach Hause geschickt! Wieso nach Hause geschickt? Ja, wenn Sie sein Geld schon hatten, hatten Sie ja keinen Grund mehr, ihn umzubringen! Ja... Naja, ich weiß nicht, Chef! Na? Da kommen Sie! Wer kommt? Gehen Sie denen nach, Chef? Oh! Ist doch wirklich interessant, zu beobachten, was Leute tun, wenn sie Zeit haben! Und, was tun Sie? Nichts? Bibi! Ja, langsam kenne ich schon Ihre Wege! Und außerdem, Robert! Ja? Es ist ein großer Unterschied, ob jemand einen Gast verleitet, eine große Rechnung zu machen, oder ob man einen Betrunkenen ausraubt, Chef! Na, nachdem er tot ist! Der Wirt lügt! Und warum lügt auch das Mädchen? Weil beide etwas damit zu tun haben, dass Thema nachher tot im Wasser lag! Nein, da lag er eben nicht! Na gut, daneben ist ja fast dasselbe! Das ist nicht dasselbe! Das ist ein großer Unterschied! Das ist genau das, was den Fall so schwierig macht! Der Tote lag im Wasser und später wurde er herausgezogen! Die Frage ist ganz schlicht und einfach! Wer hat das getan? Alle wohnen in diesem Hause! Genau gegenüber ist Hanses Kneipe, in der Thiemann zum letzten Mal gesehen wurde! Und das ist doch fabelhaft! Moment mal, Chef! Das ist ja das Mädchen aus der Kneipe! Kennen Sie? Sieht so aus! Du, das müssen wir aber genau wissen! Das war doch ein Signal! Ja, scheint mir auch so! Chef, schauen Sie mal nach rechts! Da oben am Fenster! Das ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe! Und das ist doch in Sie! Jungen. Wen meinen Sie? Den Kleinen, der mit dem alten Mann? Das ist sein Großvater. Sie kümmert sich doch nicht um ihn. Sie kümmert sich doch überhaupt nicht um ihn. Das ist nicht schlimm. So was normal. So eine Frau, die sich um nichts kümmert. Das ist so ein Kind, so ein Junge. Immer nur mit diesen alten Leuten. So wie normal. Eine Frau, die sowas zuletzt. So wie normal. Nehmen Sie sie mit, bitte, ja? Nehmen Sie sie mit. Sperren Sie sie ein. Sperren Sie sie ein. Sperren Sie sie endlich ein. Wir, wir können keine Frau einsperren, nur weil sie zu ihrem Kind nicht nett ist. Da müssen Sie schon mehr sagen. Was ist denn mit Tiemann passiert? Was denn das? Wieso denn? Was soll denn mit ihm passiert sein? Das weiß ich doch nicht, was mit dem passieren ist. Aber Sie haben doch eben, eben haben Sie doch gesagt, dass die was gemacht haben mit dem Tiemann, die Suster und der Panse. Weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht. Sie hat mir mit draufgenommen, die Wohnung. Das ist alles, was ich weiß. Drei Uhr war unten Schluss, hat sie mir draufgenommen. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr. Nee. Haben Sie das gehört, Chef? Dann sollten wir uns die jetzt mal vornehmen. Die Suster und den Panse, nicht? Naja, mach mal. Am besten holst du dir den Grabert dazu und... Aber bleib da am Ball, ja. Wir treffen uns im Büro. Gut. Grabert. Ja, Robert? Ja. Ist in Ordnung, wir kommen. Schwabinger Kneipe, Feilitzstraße 12, anscheinend der Tatort. Soll ich nicht mit? Nein, einer muss ja hierbleiben, falls der Alte anruft. Wieso ist er nicht dabei? Anscheinend nicht, aber Robert hat eine Spur. Komm. Er war also hier, an diesem Tisch hier. Ja, an diesem Tisch. Wie kommst du denn dazu, solch was zuzugeben? Wir haben doch Rechte. Wir müssen es doch nicht aussagen. Wieso? Aber Panse. Wieso? Ich habe gleich gesagt, er hat es morgens in der Zeitung gelassen. Wir müssen das sagen. Der Mann war hier. Und Sie haben ihn animiert zu trinken. Animiert? Er trank, weil er Lust hatte zu trinken. Ich kam an seinen Tisch. Ich sagte, was dagegen, wenn ich mich hinsetze? Und er fing an zu trinken. Das ist nicht verboten, oder? Die saufen nun mal alle, wenn sie am Tisch ist. Warum sonst auch nicht? Das ist doch mein Geschäft. Wann ging Tiemann? Um eins. Halb eins. Es war es nicht kurz nach zwölf. Drei war es. Drei? Was für eine Uhr hast du denn? Wieso drei? Es war nicht drei. Das war eine ganz normale Zeit. Sag auf Wiedersehen. Es war nett bei euch von den Dingen. Und wir gingen nicht eine Spur betrunken. Wo ging er denn raus? Da oder da? Na, wieso da? Da geht es in den Ausflug. Und nach oben, rauf in die Wohnung. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass diese Frau Tiemann mit rauf in die Wohnung genommen hat. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja, ich hab. Bist du verrückt? In die Wohnung! Wir gehen zusammen in die Wohnung! Sie geben also zu. Sie haben Tiemann mit raufgenommen. Ich gebe es nicht zu. Ich sage ja. Weiter nicht. Wir gehen jetzt rauf in die Wohnung. Ja, sagst du mal, ob ich denn hier eine Bank oder was? Ja, ich komme gleich. Ach Sie, Herr Kommissar. Ja, grüß Gott, Taudel. Kommen Sie ein bisschen näher. Grüß Gott, Herr Kommissar. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, eine Menge. Wissen Sie, ich bin gerade momentan in Geldverlegenheit. Ob Sie mir wohl diesen 100-Mark-Schein borgen würden? Dankeschön. So. Sie bekommen selbstverständlich einen anderen dafür. Ja. Ja. Sie behaupten also, Tiemann sei nach einer halben Stunde wieder gegangen. Und um wie viel Uhr war das? Um halb vier. Als Tiemann wieder ging? Ja, als er ging. Und Sie wollen das bezeugen? Ja, ja, natürlich. Der Mann war ja völlig betrunken. Ich sage dir, jetzt raus mit dem Mann. Stimmt das? Das Kind hat nichts gesehen und nichts gehört. Ich sage es doch. Wo fragen Sie denn? Der Mann hat den Kopf unter Wasser gehalten und ist doch noch raus. Kopf unter Wasser gehalten? Ja. Wo denn unter Wasser gehalten? Wo ist denn das Badezimmer hier? Das Badezimmer. Der Mann muss nämlich gar nicht am Isarwehr ertrunken sein. Na, zeigen Sie doch mal. Sagen Sie doch mal, da oder da oder wo. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Na, los, los. So ist man. Das kann doch sein, Chef. Warum nicht? Sie haben den Mann in der Wohnung gehabt, betrunken gemacht, beraubt und in der Badewanne ertränkt. Den ertrunkenen haben Sie dann ans Isarwehr gefahren. Mit seinem eigenen Wagen wahrscheinlich. Den natürlich vor dem Lokal niemand finden sollte. Und den Sie deshalb am Ostbahnhof abgestellt haben. Was spricht dagegen, Chef? Dieser 100 Mark Schein. Seipel hat damit bezahlt. Ich habe ihn im Labor untersuchen lassen und Sie sagen, er hätte im Wasser gelegen. Sie könnten sogar sagen, in welchem Wasser. Genau dort, wo der Tote gefunden wurde. Ja, natürlich, Sie werden keinen Toten mit seinem Geld ins Wasser geworfen haben. Ja, das heißt also? Ja, was heißt das eigentlich? Weiter nichts, als dass die alten Leute im Besitz von Geld gewesen sind, das der Tote Thiemann in der Tasche gehabt hat. Na, dann nehmen wir die doch fest. Na, was hat das für einen Sinn? Also, ich würde sie festnehmen. Sie werden sagen, Sie hätten es gefunden. Und wir müssten es Ihnen glauben. Nein, nein, das müssen wir ganz anders machen. Die Kneipe jedenfalls, die ist sehr interessant. Ich werde sie mir ansehen heute Abend. Allein, Chef? Nein, nein, du kommst mit. Vielleicht kriegen wir Rabatt? Du bist ja langsam Stammgast, da. Mhm. Im Schatten der Nacht Legt sich dein Arm um mich Im Schatten der Nacht Sehe ich nun noch dich Im Schatten der Nacht Riehen wir in die Einsamkeit Und bleiben dann nur noch zu zweit Korinna, Korinna, Korinna So komm, so komm mit mir Sie sind gescheucht wie die Hühner, sehen Sie noch? Ich gehöre dir Korinna, 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 Korinna So komm mit mir Forever and always Gute Frau, Panses große Nummer hier Die kommt tatsächlich rüber, so viel Nerven hat die Korinna, 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 Korinna Darf ich mich setzen? Ja Danke Sind Sie auch Polizisten? Ja, das frage ich mich täglich Dann wollen Sie mich auch noch fragen Nach dem Mann aus Nürnberg Nein, das habe ich nicht vor Nein Nein, ich wollte Sie etwas ganz anderes fragen Was trinken Sie, Bier oder Mir wäre Bier recht Ja, dann bestell mal drei Bier, nicht? Eins ist nicht zu kalt Du hast ja Ähm, drei Bier Eins nicht zu kalt Was wollten Sie mich fragen? Ja, warum kümmern Sie sich eigentlich nicht um Ihren Jungen? Mein Großvater passt auf Der hat genug Zeit Ja, das scheint so Er geht ja täglich mit ihm im Englischen Garten spazieren Bis zum Isabel Du stellst hin Nichts ist los Nichts ist los Stellen Sie das Bier Geh, Panse Darf man vielleicht erfahren, worüber hier gesprochen wird? Ich sag doch, Geh Das Isabel kennen die ja nun in- und auswendig Wer die? Ah, die fünf alten Männer da Seipel, Lanski, Klopp Na und? Ja, die haben immer ihren Jungen bei sich Warum sollen sie nicht? Wie stehen Sie eigentlich mit Ihrem Großvater? Stehen? Überhaupt nicht Wieso stehen? Wenn Sie mich genau fragen Ich mag ihn nicht Ihn nicht, die anderen nicht Alle nicht Die sind immer gleichgültig Ja, aber die haben doch alle ihren Jungen bei sich Also Ist Ihnen der auch gleichgültig? Wenn Sie es genau wissen wollen Ja Na ja, wenigstens ehrlich Ist doch mir egal, was Sie denken Was halten Sie davon, Chef? Ich meine, dass diese Frau den Team-Mann auf dem gewissen hat Was? Hm Er ging durch diese Tür da, ne? Ja Und war verloren Du bleib mal hier Ich will mir das mal anschauen Ja, Chef, die rechte Tür Dann links geht's die Treppe auf Ja, danke Halt du die Stellung hier Und mach nicht zu viel Spesen Ja, ein Bier noch Sie sind doch die Tochter vom Wirt Und Sie wollen verreisen Nein Ach, Sie haben jemanden anderen erwartet Nein Aber mein Vater ist unten Ja, ich weiß Könnte ich mir die Wohnung mal ansehen? Bitte Kriminalpolizei Kriminalpolizei Ich habe oben ein Zimmer, einen Stock höher Ich will nicht hier wohnen Weil die Suster hier lebt Lebt sie denn hier, die Suster? Ja, nicht immer Ja, aber sie, sie kommt immer wieder Und ihr Vater? Er lässt sie immer wieder rein, wenn sie will Er tut also, was sie will Ja Er tut alles, was sie will Wollen Sie die denn nicht endlich verhaften? Sie hat ihn doch mit heraufgebracht Betrunken gemacht Ja, das ist aber nicht strafbar Und, und umgebracht Wo denn? Wie denn? Ich Ich habe nur gehört Was haben Sie gehört? Streit Wo ist denn Ihr Zimmer? Genau hier drüber Und da kann man alles hören? Ja, wenn man das Ohr auf den Fußboden legt Was Sie natürlich getan haben Ja Und was haben Sie gehört? Streit War denn Ihr Vater dabei, hier? Nein, nein, nicht Er war nicht dabei Er hat Er ist nie dabei Er hat sein Zimmer ganz hinten Er kommt nie nach vorne, wenn sie jemand mitbringt Sie Sie hat den Mann umgebracht Er ist doch ertrunken Im Isarwehr ertrunken Ja, vielleicht hat sie ihn begleitet Und, und ins Wasser gestoßen Ja, so wird es wohl gewesen sein Glauben Sie das nicht? Moment Ausgerechnet, wenn ich die Bude so voll habe Wie interessiert die Bude? Schau dich, komm mal an, wie du aussiehst Dann kommst du immer wieder Sie will nichts mehr von dir wissen Glaubt mir, sie kann dich nicht ausstehen Panse! Panse! Hertha! 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 So bist du ja Was soll das? Was ist mit den Koffern? War schon wieder einer hier? Wer ist das? Wo steckt der Kerl? Kann ich noch was für Sie tun, hm? Ja... Ja, äh, zahlen, ja Wenn ich noch mal rekapitulieren darf Panse war ziemlich aufgeregt dass Wegsteine ans Lokal kam Ja Oh, verdammt kalt, was? Mhm Walter, du nimmst dir morgen gleich den Wegsteiner vor, ja? Ja Hole alle Auskünfte ein, die du kriegen kannst Der Mann ist wichtig Mhm Und Harry Mhm Für dich hab ich ja einen ganz besonderen Bonbon Du darfst morgen jemanden von der Schule abholen Ah Hertha Panse Der ist dir hübsch? Äh, ja Ja? Aber vergiss bitte nicht, dass du Polizist bist Also, es ist alles klar, ja? Ja Mhm So Wiederschauen Wiederschauen Ich muss jetzt auch noch aus, meine Frau weiß gar nicht mehr, wie ich aussehe Guten Nacht, Chef Guten Nacht Helga Ja, Chef Wenn irgendwas Wichtiges ist, dann, äh, ich bin in der Wohnung, ne? Ja, ich werd Sie anrufen Was? Guten Nacht Du Helga Du bist so ein Kumpel von mir, hm? Na klar, das weißt du doch Wie mach ich das eigentlich mit einer 17-Jährigen? 17-Jährige? Harry Immer originell sein Mhm Immer originell sein Immer originell sein War's zu laut? uin Alle originell sein Ja, ich geht inte. Ja, ichенко Musik Was ist das? Warum? Was? Warum? Alter, Alter! Warum? Haben Sie nicht verstanden, mein Lieber? Was? Was? Was denn? Bin ich? Bin ich? Ja, ich bin doch bei Erzählen, mein Lieber. Ja, ich bin doch bei Erzählen. Ja, ich bin Angestellter. Ist da eine Wohnung? Mhm. Wo? Zwei Zimmer in Nymphenburg. Ich will mit dir kommen. Warum? Bist du nervös? Bist du nervös? Liebe! 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 Und was hast du gemacht? Sie ging rauf und ich habe unten gewartet, im Hausflur gewartet. Sie sagte, warte hier. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die wollte tatsächlich den Koffer holen, um zu mir zu ziehen. Hat sie gesagt, warum? Sie wollte von zu Hause weg. Unter allen Umständen von zu Hause weg. Ich hatte den Eindruck, sie hat nur auf jemanden gewartet, dem sie so ein Angebot machen konnte. Harry! Ich sagte, jedem. Harry! Jedem! Aber sie kamen nicht herunter. Nein, weil der Vater muss sie angeschlossen haben. Ich hörte nur noch, wie sie oben gegen die Tür schlug, aber er ließ sie nicht raus. Fliegt ein Engel durchs Zimmer? Ja, 17 Jahre alt. Was ist mit Wegsteiner? Das ist ein tolles Ding. Die Suster hat doch einen Sohn, einen kleinen Jungen da. So einen Jungen muss ja auch einen Vater haben. Und das ist Wegsteiner. Wegsteiner ist der Vater, aber die Suster wollte nie Kinn haben. Und als sie das Kind von Wegsteiner kriegte, war sie so wütend darüber, dass sie überall verbreitet hat, Wegsteiner sei nicht der Vater. Bloß um ihn zu quälen. Aber er kommt nicht los von hier. Sie hat ihn ganz verrückt gemacht. Man kann schon sagen, er ist krank. Ja. Er ist richtig krank. Oh, jetzt wissen wir eine ganze Menge mehr. Warum verhaften Sie mich überhaupt? Ich möchte wissen, warum ich verhaftet werde. Weiß man überhaupt nichts. In der Sache nichts zu tun. Bitte. So lächerlich. Ja, da hat er gesessen, der Mann aus Nürnberg. Da. Was wissen Sie doch längst. Und Hilda hat mit ihm am Tisch gesessen. Ist auch alles klargestellt, dass sie da gesessen hat. Und auch, dass sie ihn mit draufgenommen hat. Das ist ja alles längst zur Sprache gekommen. Ja, das ist alles längst zur Sprache gekommen. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch wissen, wo waren Sie gestern Abend? Na, oben. Ist ja immer oben, 1 Uhr nachts. Wie oben? In der Wohnung? In Ihrem Zimmer? Schliefen Sie schon? Natürlich schlief sie. Ich schlief nicht. Ich war wach. Als sie raufkam, als sie mit dem Mann raufkam, wurde ich wach. Und wo waren Sie, als die Suster dem Mann aus Nürnberg mit den Aufhänden die Wohnung nahm? Ich war hier, ich war drüben. Sitzt Sie immer hier, jeden Abend? Ja, ich... Er ist meinetwegen hier. Jeden Abend sitzt er da und startet mich an. Wissen Sie das nicht längst, Herr Kommissar? Doch, ich weiß. Er sitzt nicht nur jeden Abend hier, sondern er steht auch stundenlang draußen vor der Tür. Mich stört das nicht. Und nun zu Ihnen. Die Fragen, die ich Ihnen jetzt stellen werde, die werden Ihnen nicht gefallen. Wieso denn? Als Hilde Suster den Mann mit den Aufnahmen. Was taten Sie da? Gezahlt und bin gegangen. Nach Hause? Sie waren eifersüchtig. Sie konnten doch gar nicht nach Hause gehen. Sie blieben doch draußen, vor der Tür. Nein. Vor dem Haus, natürlich. Aber selbstverständlich, vor der Toreinfahrt haben Sie gewartet. Stunde um Stunde haben Sie gewartet. Wann geht der Mann? Wann kommt der Mann? Wann kommt er endlich aus diesem Haus da? Na, wann kam er? Ich weiß nicht. Sie wissen es doch ganz genau. Nein! Gut, ich werde es Ihnen sagen. Um vier? Um fünf? Nein, 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 nein. Um sieben. Es war genau sieben Uhr morgens. Geben Sie es zu? Was soll das? Zu mir hast du es doch auch gesagt. Hat er? Na? Was ist denn los? Sieben. Ich habe den Mann rausgeworfen, da war es halb vier. Halb vier? Und kommt erst um sieben aus dem Haus. Tja. Was bedeutet das wohl? Na, wollen wir mal überlegen, ne? Der Mann wird aus der Wohnung herausgeworfen. Er schimpft, er resoniert. Tür fällt hinter ihm zu. Er dreht sich um. Und zieht nach oben. Oben auf der Treppe steht ein Mädchen. Hertha Panse steht da. Und nimmt ihn mit hinauf. Jawohl, nimmt ihn mit hinauf, sage ich. Und wählt ihn bei sich. Denn sie brauchte ja nur jemanden, der sie mitnimmt. Der sie wegnimmt. Damit sie endlich hier aus diesem Haus herauskommt. Timan war betrunken. Hat er noch weiter getrunken bei Ihnen? Ja. Er ging ungefähr um sieben Uhr. Aber er nahm sie nicht mit. Er ließ sie sitzen. Hatten Sie Ihren Koffer schon gepackt? Ja! Aber nein! Sollst du nein? Ja, ja, ja! Ich will Ihnen sagen, wie der Mord geschah. Timan kommt aus dem Haus. Er ist völlig betrunken. Er geht an seinen Wagen. Er sucht seine Autoschlüssel. Er findet sie. Wille! Da kommt plötzlich ein Mann aus der Toreinfahrt gegenüber. Er geht auf Timan zu. Mann, sagt er. In dem Zustand können Sie doch gar nicht fahren. Geben Sie mal her. Geben Sie mir mal die Schlüssel. Sie waren der Mann. Der Hass seiner ganzen Nacht war in Ihnen. Sie stiegen in den Wagen und fuhren den völlig betrunkenen in die Isar und da warfen sie ihn auch ins Wasser. Nee. Nee, das tut mir leid. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Nee, nee. Nee. Damit kann ich euch nicht dienen. Nee. Und die auch nicht. Nicht gefahren. Den. Den. Ins Wasser geworfen. So ein Quatsch. Wollt ihr gleich dabei, ja? Bist gesehen, ja? Ja. Der Mann ist aus dem Haus gekommen, ja, das habe ich gesehen. Er ist aus seinem Auto gegangen, das stimmt, aber er fand ja seinen Schlüssel überhaupt nicht. Er ist zu Fuß gegangen, die Straße runter. Und ich bin nach Hause gegangen, verstehen Sie? Nach Hause, ich bin schlafen gegangen. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Aber bitte, wir haben ja Zeit. Aber bitte, wir haben ja Zeit. Oder? Musik? Hey. Verhör bei Musik. Ich bin nach Hause gegangen, schlafen, verstehen Sie? Der Mann, der ist jetzt von alleine ins Wasser gefallen. Ja, von alleine. Kann natürlich sein. Ich war verpflichtet, jedem Schatten eines Verdachts nachzugehen. Das habe ich getan. Sie können gehen. Ich benötige Sie nicht mehr. Der Fall ist erledigt. Musik Der Fall ist erledigt. Was, Chef? Das war ja eine ziemliche Pleite. Och, ich bin zufrieden. Wir haben noch eine Möglichkeit. Nein! Zwölfter Juni 1969. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Heute ist Donnerstag, der 12. Juni. Wir bringen Nachrichten. Bundeskanzler Kiesinger und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich gestern in Brunnen. Gut geschlafen. Morgen. Da sind wir wieder. Vieles Wetter. Gehen wir mal los, ne? Wartet! Was ist denn ich? Ja, ich weiß nicht. Ja, so macht es. Ja! Ja, hier! Hier! Schiss, schiss! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Wer wird sich wundern? Jetzt! Hier! 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 ... ... ... Na, 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 na. Hahaha, ja, ja. Jaj, jo, bo. Haha, jaj, jaja, jaja. Hey. Hey. Opa. Komm, besorg mir ein Taxi, ja? Ja, ein Weltfall-Taxi! Nein! Nein! Na, Herr Wegsteiner, wollen Sie immer noch lügen? Sie haben doch genau gewusst, was die alten Leute hier tun. Dass sie Betrunkene umbringen und ausrauben. Und aus diesem Grunde haben Sie Teammann hierher gebracht und allein gelassen. Sie konnten sich auf die alten Männer verlassen. Ihre Eifersucht hat Sie zum Mitschuldigen gemacht. Na, wie geht's? Mensch, ich kann dir ja sagen... Erste Klasse. Was die anderen auch abführen, ne? Ja. Verdammt, Kommissar! Wissen Sie, dass ich völlig fertig bin? Das glaube ich nicht. Aber Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Danke. Herr Klasse. Da wunderbarger! Ja, danke. Da, danke. Na, danke. T remier. H Musik Musik Musik